Es ist eine besondere Jahreszeit, wo die Nachbarskinder immer den Juden verprügelt sind. Hörnete Zeit. Hä? Ich will das Video jetzt zu sehen. Das war ja geil. Das ist so leider ohnehin. Das ist ein Vampire. Äh, dunkle Zeit, Alter, der Technologie und so. Was, Alter? Was ist denn das für... ...für der, äh, äh, Ding hier? Mit der Drogen, um Lorenz' Kapital, Wendel, nach Nachtfall zu nehmen. Ganz ehrlich, diese, äh, Dinger hier liegen voll immer brutal gut. Dieses komische, äh, Nachrichten aus der Vergangenheit-Geschichte und so. Und die halt irgendwie, die hören sich nicht so ernst oder was? Hm. Final answer? Correct! That makes you our new champion! Haha. Haha. Manna is a limited resource. We must conserve it, although all have to face the consequences. What utter nonsense! Nonsense? If you think protecting the world from self-destruction is nonsense, then on your head be it. Mark my word. You can't end this here! Give me the mic! Hehehehehe. Motherfuck! Woah! It exploded! Motherfuck! Woah! Das war cool!